Guten Morgen, liebe Eltern und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch durch dieses Video das neue Projekt der Deutschabteilung erzählen. Für dieses Schuljahr haben wir eine große Herausforderung. Das ist der Vorzertifikatprozess, den unsere Schüler angefangen haben. In diesem Moment haben wir 35 Schüler in 5. und 6. Klasse Grundschule. Unsere Arbeit ist, die Schüler in den vier nötigen Fähigkeiten, um die deutsche Sprache zu lernen, was zu bereiten. Unser Ziel ist, das nächste Schuljahr die A1-Zertifizierung in der Grundschule zu beginnen. Jetzt präsentiere ich euch unsere tägliche Arbeit im Klassenzimmer. Dankeschön. Hallo an alle. Mein Name ist Frau Nuri Capilla-Rodriguez. Ich bin Deutschlehrerin hier in der Euro-Liseu-Schule. Wie ihr im Video gesehen habt, jeden Tag üben wir nicht nur das Lese-Verstehen und das Hör-Verstehen, sondern auch die mündliche und schriftliche Fähigkeiten. Außerdem haben unsere Tätigkeiten einen alltäglichen Kontext. Dadurch kann man gänzlich die deutsche Sprache annehmen. Etwas ganz wichtig für uns ist, die Sicherheit der Kinder zu erweitern. Deswegen versuchen wir immer, ihr Wissen zu vergrößern. Zum Schluss möchte ich euch sagen, dass wenn ein Kind sich sicher fühlt und wenn es die Erkenntnis hat, kann dieses Kind alles schaffen. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Danke für die Aufmerksamkeit.